Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es war natürlich ein Nebelkerzenangriff in den letzten Tagen und Wochen, die ganze Debatte um die angebliche oder tatsächliche Befangenheit des Justizsenators, wo sich der Herr Heilmann und der Herr Nussbaum wie bockige Kinder aufgeführt haben. Erst wird das Verfahren ausgesetzt, weil angeblich verfahrensleitende Fragen zu klären wären und nun rückt Nussbaum damit heraus, dass der zweite Vergrabbebrief zur Stromnetzkonzession überarbeitet werden muss. Natürlich muss dann auch nochmal wieder der Befangenheitsvorwurf ausgebuddelt werden, der inzwischen offenbar zur Allzweckwaffe herangezogen wird, um die Unfähigkeiten und das völlige Vergabechaos in der Finanzverwaltung zu kaschieren und Überraschung, seit Dienstag ist davon nicht mehr die Rede, jetzt haben die beiden sich wieder verständigt, jetzt sind es angeblich die Bewerber selbst, die darum gebeten haben, dass man den Vergabebrief nochmal überarbeitet. Und Herr Ströter kommt jetzt hier noch mit den Kamellen von der unsicheren Rechtslage. Wissen Sie, Herr Ströter, das ist das Pfeifen im Walde, solange Sie nicht mal das beachten, was klar ist. Und davon gibt nichts, das eine oder andere. Klar muss der Vergabebrief überarbeitet werden. Der zweite Vergabebrief, der im Hauptausschuss am 19. März, merken Sie sich das Datum, zur Kenntnis genommen wurde, hat nicht die vom Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 17. Dezember 2013 vorgelegte Transparenzkriterien, die unter Kriterien im Bieterverfahren berücksichtigt. Und es ist ja völlig klar, wenn das nicht korrigiert wird, dann droht die gesamte Vergabe bei einer gerichtlichen Überprüfung gekippt zu werden. Nur einzig und allein verantwortlich ist die Schlamperei dieses Senats, nichts anderes, die Schlamperei dieser Finanzverwaltung. Denn die Möglichkeit, nur die Ruhe, denn die Möglichkeit zur Korrektur, die hätte die Finanzverwaltung bereits im März gehabt. Die vollständige Urteilsbegründung, lieber Herr Ströter vom BGH, die war am 12. März veröffentlicht worden, nicht im Juni oder Juli, wie Sie hier erzählen. Und darauf hat die Opposition sieben Tage später im Hauptausschuss auch hingewiesen. Ihnen war das aber egal, SPD und CDU war das egal, weil die CDU hat gehofft, dass das Verfahren im Nachhinein platzt, weil sie sich politisch mit ihnen nicht einigen konnten. Und Sie haben darauf vertraut, dass es keiner merkt. Na, halten Sie die Leute für blöde, oder was? Wir haben doch damals gesagt, wir haben doch damals gesagt, überarbeitet den Vergabebrief nochmal. Da haben SPD und CDU das brüst abgelehnt. Und die Finanzstaatssekretärin hat allen Ernstes im Hauptausschuss erklärt, das können Sie nachlesen im Protokoll, die BGH-Entscheidung habe man antizipiert, ohne sie zu kennen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Antizipiert, ohne sie zu kennen. Also meine Fraktion empfiehlt dem Senat dringlich, im Umgang mit strittigen Rechtsfragen auf das bewährte Mittel des Lesens von Urteilsbegründungen zurückzugreifen. Motten Sie die Glaskugel in der Klosterstraße ein, Herr Nussbaum. Motten Sie sie ein. Und meine Damen und Herren, es ist natürlich völlig klar, dass die Vergabe der Gasnetzkonzession, ist ja Ihr Lieblingsthema, meine Herren, dass das Verfahren der Vergabe der Gasnetzkonzession unter genau demselben Rechtsfehler leidet. Sie ist damit ebenfalls unerhaltsrechtlich angreifbar. Denn der dritte Gasverfahrensbrief wurde am 14. Januar 2014 vom Senat beschlossen. Auch da war schon bekannt, dass es ein höchstrichterliches Urteil des BGH gibt. Und auch da hätte man warten können und hätte sagen können, wir gucken erst mal, wie die Urteilsbegründung aussieht. Aber wahrscheinlich haben Sie auch da antizipiert, ohne zu kennen. Und auch das wird Ihnen um die Ohren fliegen, Herr Nussbaum. Beide katastrophalen Fehlleistungen fallen in die politische Verantwortung der Vergabestelle, also der Senatsverwaltung für Finanzen, von niemandem anderem. In richtigen Regierungen wäre bei solchen katastrophalen Fehlleistungen ein Rücktritt fällig. Aber da dieser Senat ja ohnehin nur schlecht verwaltet, geschieht folgerichtig, was in Verwaltungen immer passiert. Alles bleibt auf seinen Plätzen und man ergeht sich in gegenseitigen Schuldzuweisungen. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Meine Damen und Herren und lieber Herr Ströter, Sie können sich ja mit den Grünen darüber auseinandersetzen, ob sie eine Position haben oder keine Position haben. Was wir hier im Abgeordnetenhaus als Opposition beantragt haben, die Entwicklung einer energiepolitischen Konzeption für Berlin. Die Frage, wie man mit der GASAK umgeht, wie man gar nicht erst dafür sorgt, dass eine Rest-GASAK entsteht, die überhaupt nicht mehr in der Lage ist, die notwendigen Investitionen in die Energiewende zu stemmen. Die Debatte um ein Stadtwerk, was nicht nur irgendwo drei Windräder stehen hat und vielleicht zwei Kunden, vielleicht zwei öffentliche Unternehmen Berlins, die BWB und die BSR oder so. All diese Dinge liegen bisher unbearbeitet auf dem Tisch. Sie haben dazu nichts zu Wege bekommen. Und das Einzige, worauf Sie sich einigen können, ist, dass Netze Geld bringen. Und deswegen wollen Sie gerne die Netze haben. Das ist die sozialdemokratische Politik, von der Sie hier reden. Substantiell ist da nichts dran. In Bezug auf Energiewende in der Stadt ist da gar nichts dran. Mit denen können Sie sich nicht einigen. Und deswegen ziehen Sie sich zurück auf Befangenheitsvorwürfe und auf ähnlich absurdes Zeug, um von Ihrem eigenen Versagen abzulenken. Das ist... Unterm Strich heißt das, zu Ihrer politischen Planlosigkeit kommt die totale Vergabeunfähigkeit der Finanzverwaltung dazu. Und das ist das eigentlich Katastrophale an der Senatsposte, über die wir heute reden.